Ich bin mit meinen Hausaufgaben fertig. Ich kann gehen. Ich auch. Lass uns gehen. Hey, schau dir diesen Sportwagen an. Ist es nicht ordentlich? Genau so ein Auto will ich haben, wenn ich einen guten Job habe. Ich warte. Es ist sehr schnell. Ich möchte aber das mein Wort. Teuer mehr Wetter-Naufall. Das Auto kostet ein Vermogen. Hohe Erwartungen können nicht schaden. Vielleicht würde ich dich eines Tages überraschen. Die Leute gehen zum Konzert in den Park. Die Band spielt gute Musik. Ja, das tut es. In den letzten drei Jahren habe ich das Konzert nie verpasst. Ich habe meinen Z-Plan immer so gestaltet, dass ich an der Veranstaltung teilnehmen konnte, sobald die Band in der Stadt war. Wie lange spielt die Band schon in unserem Park? Ich glaube, diese Tradition beginnt vor fünf Jahren, bevor sie in unserer Nachbarschaft gesogen sind. Jedes Jahr kommt es immer in der ersten Juni-Woche, um die ganze Woche zu spielen. Du wirst diesen Abend genießen, Anip. Es wird gute Country-Musik geben für gute Mal und für Geburt. Es klingt nach Spaß. Wow! Schau dir die Anzahl der Leute an, die bereits zu dem Konzert gekommen sind. Gut, dass wir schon da sind. Bitte im Schatten. Ich warte in letzter Zeit so viel in der Sonne. Da drüben ist ein Essenz-Pan. Wollen Sie beide was? Nicht für mich, danke. Ich habe schon meine Flasche Wasser. Ich hatte gerne eine Tute Chips und eine Limonade. Bist du sicher, dass du keine Chips willst, Wignoswavi? Ich bin mir ziemlich sicher. Außerdem kocht meine Mutter ein gutes Abendessen und ich möchte mir den Appetit sperren. Wignoswavi, du hast so ein Glück, eine so gute Koin als Mutter zu haben. Anip, du musst eines Tages ihre Sanne-Torte probieren. Nirgendwo in dieser Stadt gibt es eine bessere Sanne-Torte. Ich weiß, dass wir heute eben Sanne-Torte zum Nacktisch haben werden. Ich habe dir einen Tag auf, wenn du willst, Anip. Ich liebe Koffer immer. Außer bitte einen Stuhl für mich auf. Danke, Wignoswavi. Und du, Nerval, ein Stück Kuchen auf für sie? Weißt du, ich sage jeden Tag ein Stück von der Sanne-Torte deiner Mutter. Okay, ich spare heute eben zwei Tag Sanne-Torte für euch beide auf. Wir können uns morgen Mittag in der Cafeteria treffen und ich gebe es dir. Nerval, hol dir bitte jetzt dein Schiff zum Soda, wenn du sie noch willst. Es ist fast 15 Uhr und das Konzer fängt gleich an. Willst du etwas zum letzten Mal? Ich bin Sicha, ich will nichts Nerval. Mir geht es gut. Ich hoffe, nicht Nerval. Okay, wieso wählen Sie mir einen Platz? Ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder. Amen.